hallo liebe meine lieben freunde wir sind hier im palast von lotera in der burg lotera und zwar haben wir gerade den terrain auf den erfolg vertraut bekommen dazu müsst ihr einfach hier bei terrain die ganzen rufpunkte hochballern dauert eine weile weil ihr müsst ja auch immer wieder quests erledigen oder tugendpunkte haben also ihr braucht um den komplett vom ruf zu hauen auf jeden fall mindestens 180 bis 2 tugendpunkte und dann könnt ihr den auch komplett ausleveln ist ein bisschen mühselig mit geschenken und allem drum und dran aber wenn ihr das getan habt bekommt ihr auf jeden fall erstmal seine karte und zusätzlich bekommt ihr den titel von ihm wir haben einen neuen titel bekommen und zwar das ist terrain das ist ein neuer titel und was auch neu ist und zwar ist der erfolg die wir bekommen haben lutheranischer könig und dafür bekommt ihr dann den titel terrain da müsst ihr einfach wie gesagt bei den questen rufpunkte tugendpunkte hochsetzen und dann habt ihr den ich bedanke mich wir sehen uns im nächsten video auf wiedersehen und dann Vielen Dank.